St. Pauli sicher nicht. Flutlicht, ganz klar. Die Champions-League-Zeit habe ich lieber. Die Atmosphäre ist auch ein bisschen besser im Stadion. Darum ganz klar Flutlicht. Sommer, denn ich habe gerne die Wärme. Ich habe auch gerne das Meer, wenn wir in den Ferien sind. Und auch für das Spiel ist es ein bisschen besser, wenn wir Sommer haben. Ich würde eher sagen, beim Sonnenaufgang bin ich meistens schon am Schlafen. Darum ist es der Sonnenuntergang. Ganz klar Hamburg. Ich war dort drei Jahre. Und der Verein ist mir auch ans Herz gewachsen. Darum ist St. Pauli sicher nicht. Ähm, lieber singen. Ich bin nicht so der beweglichste. Brokkoli oder Blumenkohl? Ähm, sagen wir Brokkoli. Aber wieso? Das ist jetzt kein Grund. Keine Ahnung. Ich spiele beide. Ich habe beide sehr gerne. Aber ähm, schon lieber Tennis. 2